Alle Spiele der Regionalliga West, exklusiv auf Sporttotal. Der Ball kommt zu Kozuki. Sojiro Kozuki 1 zu 0 in der vierten Spielminute. Das ging flott und vor allem war das ein schöner Angriff hier nach diesem Freistoß. Vorhin habe ich es noch gesagt, sie überhasten nicht. Jetzt ist auf rechts frei, das ist schon wieder Kozuki. Kozuki nimmt es mit allen aufgefühlt, passt jetzt den Ball rechts raus in die Mitte. Und dann ist da Rufat Dadaschow mit dem 2 zu 0. Das geht aber ganz schön fix hier. Erst vor drei Minuten das 1 zu 0. Jetzt das 2 zu 0 und das sieht nicht gut aus. Er bleibt da hinten liegen, er ist gerade eben nach seinem Tor. Vielleicht sehen wir es jetzt hier in der Wiederholung. Da köpft er den Ball rein und dann läuft er da gegen die Stange. Dann läuft er da gegen die Stange des Tores und liegt jetzt hier erstmal am Boden. Wieder Einwurf Schalke, wollen sie jetzt mal ein bisschen schneller machen. Vielleicht dieses Mal über die Mitte. Rechts raus van der Sloot, wird abgeblockt. Aber der Ball immer noch heiß. Der Ball immer noch bei den Jungs von Schalke. Kozuki bringt den Ball in die Mitte und dann ist es das. 3 zu 0 aus Sicht der Gäste. Schön gespielt von Daniel Cherewa. Bringt sich da in der Mitte in Position und schließt ab. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball in die Mitte und dann steht da Cherewa. Setzt sich durch. Und das ist natürlich ein Schlüchterfehler. Dadaschow. Jetzt vielleicht Cherewa auch schneller als Simos Ribeiro. Und dann ist es das 4 zu 0 für Schalke. 0-4-2. Da hat die Defensive, gerade vorhin sage ich, da hat die Defensive gar nicht gut ausgesehen dieses Mal. Hier sehen wir es nochmal. Cherewa. Und dann in der Mitte. Komplett blank. Komplett frei. Sondern einfach mal hier Schalke auspacken. Und den Ball versuchen langsam nach vorne zu bewegen. Vielleicht so wie jetzt. Schalke. Dadaschow. Links raus. Und rechts steht Kozuki. 5 zu 0. Und das zweite Tor für Soshiro Kozuki in diesem Spiel. 5 zu 0. Das ist alles zu inkonsequent, was Bocholt da hinten drin spielt. Tim Albutad. Links raus. Und da sind wir wieder in der Mitte. Und da ist das 6 zu 0. durch Steven van der Sloot. 6 zu 0. Hier sehen wir es. Albutad spielt den Ball auf links raus. Und dann steht Steven van der Sloot da genau richtig. Und köpft den Ball zum 6 zu 0. Jetzt vielleicht. Leuch. Aber Novakovic. Mit der Kopfabwehr. Und zwar 3 Meter außerhalb seines Strafraums. Schieß. Und jetzt können sie es schnell machen. Die Bocholt. Verlieren da aber den Ball. Schiedsrichter sagt weiterspielen. Links ist Poukake. Und der macht das 7 zu 0. Seitlich. Vom Strafraum. 5 Meter außerhalb. Und der trifft ihn. Ich glaub's nicht. Hier sehen wir es nochmal. Bochake schlenzt einfach mal auf. Den Ball drauf. Jetzt vielleicht. Bocholt. Über die linke Seite. Kann sich da nur mit einem Foul behelfen. Schell. Joey Müller war's. Und der hatte vorhin schon gelb gesehen. Somit jetzt die Ampelkarte. Da beschwert er sich, dass Kozuki zu nah dran ist. Da beschwert er sich, dass Kozuki zu nah dran ist. Und dann steht. Hoch reingebracht. Novakovic mit der Faustabwehr. Jetzt wieder über Albutat. Schell zeigt hinten an, dass er frei steht. Albutat will lieber über vorne machen. Und dann ist das Kastelle alleine auf dem Weg zum Tor mit dem 8 zu 0. Und ja, spätestens jetzt. kann Bocholt einpacken, glaube ich. Kastelle. Und ja, dieses Tor so ein bisschen sinnbildlich. Läuft völlig alleine aufs Tor zu. Macht nochmal den Schlenkerwickel. Während Bocholt von innen rausspielt und sich irgendein Fan auf dem Platz aufzuhalten scheint. Kastelle geht da jetzt hin. Jetzt kommt auch der Sicherheitsdienst und entfernt den Mann dann vom Spielfeld. Ja, jetzt machen die Bocholter hier so ein bisschen das, was sie von Anfang an hätten tun sollen. Vielleicht jetzt die Chance über Lorch. Der läuft auf den Tor zu und schiebt den Ball ein zum 1 zu 8. Das wird am Endstand hier nichts mehr ändern. Die Fans freut es trotzdem von Bocholt. 1 zu 8. Hier sehen wir es nochmal. Lorch läuft auf Novakovic zu und kann über links einschieben. Ein Wurf für Schalke. Cialanoglu. Kozuki bringt den Ball rein. Cialanoglu wartet. Van der Sloot. Aber Wickel mit der Abwehr. Bringt den Ball nach vorne Richtung Fakro. Verlängert mit der Schulter. Fejzulahu. Wieder Fakro. Auf rechts versucht über Beckert. In der Mitte läuft sich Fakro oder versucht Fakro sich freizulaufen. 2 zu 8. Malik Fakro. Und ich würde sagen, das ganze schauen wir uns auch nochmal an. Hier sehen wir es. Beckert über die rechte Seite. Fakro versucht sich freizumachen, schafft es und kann zum 2 zu 8 einnicken. Und die Auswechslung von Max Mahn ist vollzogen und der Schiedsrichter pfeift ab. Das war es. 2 zu 8 bzw. 8 zu 2 gewinnt der FC Schalke. 2 zu 8. 0-4. 2. Beim FC Boch. Das ist wichtig, dass man präsent ist in der Box. Indem man den zweiten Ball gewinnt, flügeldrift und zielstärkig ist. Und das war dann der Grund, dass wir die erste Viertelstunde, 20 Minuten mit einer deutlichen Führung in das Spiel rein gehen. Und dann hinten raus war es eher nach Runterspielen. Und ja, selbst dann, ich glaube, das war symptomatisch in der zweiten Halbzeit die abgerutschte Flanke. Spätestens da war dann klar, wenn so ein Ball reingeht, dann geht dort alles. Und dementsprechend sind wir natürlich glücklich über so viele Tore und vor allem dann über den Sieben. Ich möchte Ihnen nochmal bedanken bei der tollen Unterstützung von unseren Fans. Es ist für uns selten, dass das so vorkommt. Für die U23 umso schöner, dass wir dann heute auch den Zuschauern heute, wenn wir es zurückgeben können. Ja, ich habe gerade schon viel gesagt. Also von daher, wenn bei der einen Mann auf alles geht, dann geht bei der anderen Mannschaft gar nichts. Das war heute leider bei uns der Fall. Also ich habe, wir zählen ja auch immer die Chancen mit. Wir haben zehn Chancen gezählt und da waren acht Tore dabei. Insofern war das ja extrem auch unglücklich. Trotzdem sage ich, in der ersten Halbzeit waren auch die Anstände riesig groß bei uns. Und dann, wenn du dann eins gegen eins gegen die richtig gute individuelle Spieler spielst, dann sieht das so aus, wie es heute in der ersten Halbzeit ausgesehen hat. Und ich habe dann auch in der Halbzeit natürlich gesagt, dass wir das Spiel ja nicht mehr gewinnen können. Aber wir müssen hier von der Einstellung her anders auftreten, als wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und ja, ich selbst habe auch mal Fußball gespielt und von daher weiß ich, wie solche Spiele laufen. Die einfachsten Sachen klappen nicht und beim Gegner geht alles. Und ja, heute glaube ich, wird Schalke auch noch aus dem Einwurf ein Tor gemacht. Also insofern war das für uns kein guter Tag. Ich wollte mich auch nochmal bei den Zuschauern bedanken. Es kommt, glaube ich, so gut wie gar nicht vor, dass man als Aufsteiger gegen Schalke 2 2.500 Zuschauer hat. Von daher besten Dank auch für die, ja, fürs Geduldigsein. Und sie haben uns trotzdem weiter angefeuert. Und ja, wir brauchen jetzt auch nicht alle Schwarze hin, so weil wir jetzt einmal verloren haben. Vorher die Leistung waren elf Spiele oder zehn Spiele richtig gut. Und da gibt es ja, glaube ich, diesen Spruch, wo man fünf Euro zahlen muss, dass man besser einmal hoch verliert, anstatt die nächsten Spiele gut spielt. Also von daher geht es für uns weiter in Karl-Marien-Bormen nächste Woche. Und ja, wahrscheinlich hätten das sieglose Spiel hier und müssen dann anders auftreten.